24 No fights 30 Gefühl des Siegens Wieder kennenlernen Borzic Ein Ranglispermeister und bezieht ins Finale, das die Jahre natürlich eigentlich lebt und trainiert Eigentlich To Abraham versprochen, der es ja liebt in der Vergangenheit Gegner erstmal auszugucken Und dann ist es gegen die Weltklasse, oft zu startet, zweimal zuletzt, klar ausgeboxt von dir Hier ein bisschen offensiver Über 100 Partner vor Abraham Wo dann aus? Djebam Borzic Borzic, der natürlich um die Schlagstärke von Abraham weiß Er selbst ist eher ein Mann, der dem Gegner den Kampf anträgt Zu gestalten, aber muss natürlich vorsichtig sein Bei der Auf der Versuch An ihn heran Er kann ihn nicht Und möglicherweise unvorteilhaft wäre Vor diesem Kampf gegen Ward Uns in der ARD Die nächste Runde Arthur Abraham gegen Stebiam Borzic Der möchte sich teuer verkaufen Das hat er angekündigt Es wird Ich Ausbildung hat er genossen Immer wieder der Versuch von Arthur Abraham zum Körper zu gehen Die erste Linke dann an den Kommt ihm natürlich auch entgegen Nicht wie zuletzt die Rell und Frodsch Die größer waren als Arthur Abraham Relativ kleines Jetzt hat er sich irgendwas getan Borzic Er ist vielleicht sogar gebrochen Schauen wir mal Hier prallt er auf den Ellbogen Und schreit im selben Moment auf Jetzt Achtung Jetzt kommt gleich die Linke Und prallt da auf den Ellbogen Und im selben Moment Diese Schmerzreaktion Aber müsste schon ein sehr guter Schauspieler sein Wenn er das hier gekünstelt hätte